Schönen guten Abend miteinander. Schön, dass Sie, dass ihr alle hier in die Hochschule für Musik und Tanz in den Konzertsaal gekommen seid, um gemeinsam hier den Abschluss unseres Festivals, der Clown Jazz Week, die Premiere dieses Festivals zu feiern. Ich atme kurz aus. Bis heute haben wir über 40 Konzerte veranstaltet und die letzten drei finden jetzt hier statt. Wir haben vorhin schon, ich weiß nicht, wer von euch da war, auf der Bühne, auf der Open Air Blühne am Ehrerplatz, wirklich einen tollen Nachmittag erlebt mit wirklich drei hervorragenden Acts und ich werde gedacht, vor vier Wochen, dass das möglich ist, was wir heute gemacht haben. Und ich hatte auch jedes Mal so ein bisschen Angst und habe gedacht, wann kommt das Ordnungsamt, wann kommt es? Aber es kam nicht. Also wir haben wirklich alles so umsetzen können, wie wir uns das in unseren Träumen bedacht haben, mit dem Wetter, mit euch als unser Publikum und wirklich eine ganz außerordentliche letzte Woche gefeiert mit wirklich tollen Konzerten, um diese Jazz-Szene und den Jazz, den wir hier in Köln, in Deutschland, in Europa haben, zu porträtieren und ein Abbild dessen zu zeigen, ich glaube, was hier in dieser Stadt sehr stark ist. Und all das enden wir heute mit diesen drei Konzerten, auf die wir uns sehr gut freuen und sehr außerordentlich freuen, denn ich glaube und wir glauben im Kuratorium dieser Cologne Jazz Week, dass das heute wirklich ein ganz außerordentlicher Abend wird. Ich gebe Ihnen einen kurzen Überblick über das, was jetzt passiert. Wir haben drei Sets, wie Sie natürlich alle wissen, und wir machen eine Pause. Das heißt, wir haben jetzt im ersten Set Christian Nillinger und Pablo Held mit Norma Winston als ein zusammenhängendes Konzert. Dann gibt es eine Pause von ungefähr 30 Minuten, da gebe ich dir noch eine kleine Einführung, wie man sich denn hier nicht verläuft in diesem Gebäude und man ein Getränk zu sich nehmen kann und in den Innenhof gelangt. Da kommt aber noch eine Pause, damit ich genug Zeit habe, das zu erklären. Und dann im letzten Set und im allerletzten Konzert dieses Festivals wird dann Abel Salico mit seinem Trived Chisaba und dem Manchester Collective auftreten. Und bevor ich zu viele Worte verliere, weil ich werde noch ein bisschen Zeit im Umbau haben, nach diesem ersten in den zweiten Set möchte ich eigentlich nur die Band ankündigen, die für uns von vornherein ab dem ersten Moment, wo wir als Kuratorium, bestehend aus Friederike Dajusch, Thomas Gläser, Rebecca Ziegler, Garry Slobe und mir zusammensaßen, klar war, dass wir diese Band hier auf jeden Fall präsentieren müssen. Und ich möchte gar nicht so viel sagen, weil ich hoffe, dass Christian Lillinger all seine Kolleginnen hier vorstellen wird. Dementsprechend möchte ich nur an meinen ganz großen, riesengroßen Applaus beten für Christian Lillinger mit seinem Projekt Open Form for Society. Viel Vergnügen. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 sagen. Und das werde ich jetzt auch gleich machen. Und zwar freue ich mich sehr, die Ansage zu machen. Ron Stabinski! Des Weiteren. Vor Ron Stabinski. Bass Nummer 1. Petter Eld. Um weiter zu machen. Robert Leinvermann. Bass Nummer 2. Und eine besondere Ehre. Schön, dass er hier ist mit seinem Spinett. Elia Stimmiseder. Das ist doch etwas. Christopher Dell am Vibraphon. Kaya Draxa. Abbreit Piano. Lucy Whelton. Cello. Roland Neffel, Vibraphon, Marimaphon, Schlaginstrument, etc. Und Cowie Smythe am Klavier. Vielen, vielen Dank. Wir fahren fort mit zwei weiteren Kompositionen von Bier. Und ich wünsche Ihnen einen schönen restlichen Abend mit unglaublichen Bands noch. Tschüss. 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 Kompos. Tschüss. Tschüss. Kompos. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Christian, eine... Applaus Applaus